Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner in der Season 12. Wir befinden uns in der reaktiven Zone und das wird heute für mich vielleicht, sehr wahrscheinlich, könnte gut sein, nur eine kurze Aufnahmesession. Denn ich würde gerne ein bisschen was mit meiner Frau heute Abend noch, irgendwie Filmchen gucken oder so. Und, aber könnt ihr mal sehen, ich ziehe euch meiner Frau vor, wenn auch nur für einen kurzen Quickie. So, ihr dürft für den Quickie herhalten und den richtig schönen Abend, den verbringe ich mit meiner Frau. Nein, natürlich, natürlich weder in die eine noch in die andere Richtung ist es genauso, aber ich habe, ich renoviere gerade einfach sehr viel. Und das bringt mich dazu, dass ich teilweise dann erst um 21.30 Uhr, 22 Uhr an den Computer komme, was dazu führt, dass ich da nicht ganz so lange Aufnahmesessions machen kann. Es ist zwar Freitag mal wieder, klingt jetzt eigentlich eher destruktiv, dabei ist es das überhaupt nicht, ne? Freitag, schön, Wochenende. Aber unter der Woche könnte ich eigentlich nicht so lange wach bleiben, weil ich am nächsten Tag aufstehen muss. Mittlerweile ja auch wieder noch früher, weil ich meine Tochter in die Kita bringen muss. Und, ähm, das benötigt immer, das benötigt immer extra, extra früh aufstehen. Aber jetzt am Wochenende heißt das andersrum wieder, ich kann nicht lange schlafen, weil meine Tochter natürlich, das ist eines der lustigsten und interessantesten Phänomene, meint dann, ähm, nee, was? Was? Sieben Uhr? Oh, come on. Let's go. Ich will Party machen. Papa, du doch auch. Das weiß ich. Ich weiß, dass du Party machen willst. Und ich so, ja, ja, Party klingt super, aber in zwei Stunden erst. Und dann heißt die Party, die erste Party, die ich mache, einmal, einmal ums Eck, wenn ihr versteht, was ich meine. Und die zweite Party heißt dann einmal duschen. Weil ich bin so ein Frühduscher. Also, Morgensduscher, nicht Frühduscher. Morgensduscher. Ich muss morgens duschen. Geht gar nicht. Mein Tag kann nicht starten. Das sind Dinge, die gehen nicht ohne. Äh, einmal so mindestens zehn Minuten in Ruhe, ja, auf dem Örtchen. Dann duschen. Absolutes Muss. Und Latte Macchiato am Morgen. Ich bin ja, ich, ich, äh, trinke ja keinen, keinen Kaffee schwarz. Deswegen muss der Latte Macchiato her. Ich bin ja der Kaffeetrinker mit, mit Milch und viel Zucker. Also, Zucker eigentlich nicht so gern. Ich mag da schon echt lieber den Süßstoff. Aber, ohne geht nicht. Ohne geht nicht. Aber ich bin, ich bin kein, ähm, ich persönlich würde von mir sagen, ich bin überhaupt kein Miesmuffel. Miesmuffel. Also, es gab zwar mal so eine, eine Zeit gerade so bei meinen Eltern noch, wo ich gemerkt habe, oh, ey, wenn, wenn mir jetzt mein Vater mir über den Weg läuft, was natürlich, wenn man in seinem Haus wohnt, ähm, nicht sehr unwahrscheinlich war, dann, dann flippe ich aus. Ähm, aber ich glaube, das war halt einfach geschuldet dem, äh, jahrelang auf, auf der Pelle hocken. Ähm. Wobei es, ja gut, mittlerweile könnte es einfach nur daran liegen, äh, weil es damals so war, ne? Das sind so, so Habits, die Angewohnheiten, die man nicht mehr ändern, nicht mehr changen kann. So, jetzt müssen wir mal gucken, ähm, wie wir das hier machen, weil das reicht vom Sprit her. Aber so keinen Meter, das brauchen wir erst gar nicht groß zu versuchen. Und hier ist ziemlich, wie viel hat der insgesamt? Ja, ja, auch nicht, auch nicht, auch nicht besonders, besonders voll. Und hier ist nochmal ein Tank. Und da ist ein Auto, sehe ich gerade. Hm, wir machen es jetzt, ja, ja, genau, wir machen das jetzt so. Wir nehmen den hier. Wo stellen wir den Anhänger hin? Weil ich würde gerne hier langfahren. Ach Gottchen, ich hoffe, alle Wände stehen noch. Keine Fenster sind geplatzt. Ui, 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 ui. Da musste ich aber gerade wirklich niesen. So, da fahren wir hoch. Lassen wir den da einfach... Ne, wir nehmen den gerade mit und stellen den da vorne ab. Also, den müssen wir jetzt gerade einmal holen, nur für ein bisschen Sprit. Das ist so. Ne, also, das sind so eine Routine, die muss morgens sein. Ich bin kein Miesmuffel. Also, ich bin nicht so ein Morgenmuffel. Im Gegenteil, eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, ich bin besser drauf, wie als meine Frau. Und ich habe jetzt bewusst wie und als gesagt, ne, für alle. Für alle Klugscheiße unter euch. So. Aber ich habe euch doch lieb. Weil ich kann es mir nicht merken. Heißt das wie? Heißt das als? Ach, was weiß ich. Das kann ich mir echt nicht merken. Mit Sicherheit sage ich es eher falsch. Intuitiv, als dass ich es richtig sagen würde. Und, ähm, dennoch. Ich fühle mich, ich fühle... Ihr kennt ja oft das Gefühl, wenn man zu wenig geschlafen hat. Und dann zu wenig geschlafen hat. Und, ähm, dann bestreitet man so seinen Tag. So, ganz normal meine ich jetzt. Arbeiten gehen, Schule oder sonst was. Man fühlt sich so richtig groggy. So richtig... Und so fühle ich mich egal, wie viel ich geschlafen habe, wenn ich morgens nicht duschen gehe. Das hört dann den ganzen... Den ganzen Tag hört das nicht auf, dass ich mich irgendwie so fühle. Und, äh, deswegen, das muss sein. Auch wenn ich krank bin oder so. Also dann muss ich wirklich so richtig, richtig fertig sein. Damit ich, äh, mir das nicht gönne. Und wir wollen nachtanken. So. 72, das ist... Das ist ein bisschen... Ein bisschen wenig. Wenn ich jetzt 72, äh, abgebe. So meine ich das. Weil ich wollte schon noch zu dem Reparatur, ähm, Scout, großen Scout-Reparatur-Anhänger. Der hat nämlich, ähm, noch Sprit. Äh, hier unten. Wo ist er? Da ist er. Dann machen wir das so. Zack, 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 fahren wir hier lang. Und holen den. Und nehmen das mit. Also. Dann wollen wir... Das doch einmal aufladen. Äh, die Stützen wollen wir auch noch ausfahren. Mir fällt allerdings jetzt gerade ein. So komme ich nicht hinten an den Anhänger, glaube ich, ran, ne? Boah, warte mal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es... Dass wir das so... Doch noch schaffen. Komm, wir lassen den mal... Ah, verdammt. Kann nicht verladen werden. Es gab ein paar, ähm, Kritiker gegenüber meinem Fahrstil und meinen Verladetechniken. Mir tut das leid, Leute. Sag ich ganz ehrlich. Aber, ähm, ich hatte noch nie die Ambitionen, besonders realistisch alles zu machen. Ich... Ich... Wäre jetzt keinen Superquatsch machen. Also. Das... Das ist es jetzt nicht. Aber ich sag immer, was geht, ist akzeptabel. Und wir lassen das kurz so runterrutschen. So. Also, das sollte doch jetzt funktionieren. Ja, wunderbar. Seht ihr? So, das meine ich, das ist dann für mich okay. Da muss ich jetzt kein Preis gewinnen. Wir spielen ja kein Hardcore. Zum einen. Kein... Zum anderen kein... ...ultra realistisch. Sondern einfach ein... Wir wollen das Spiel spielen. Ich brauche keine anderen Mods dazu, weil... Das ist mir einfach, ähm... Das... Könnte sein, dass es dann zu... So ein Mod zu Imbar wird. Und deswegen... Mach ich das nicht so. Eine Sekunde mal. Alright. Da musste ich mir nochmal wirklich das Näschen pudern. Dann... Dann... Wollen wir... Kran wiederherstellen. Jetzt... Würde ich gerne, weil es... Weil es wirklich kürzer ist... Jetzt müssen wir aber nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Ah... Verdammt. Falsche Richtung. Na. Come on. Könnt ihr nichts sagen. Das hat doch gut geklappt. Das hat doch gut geklappt. Äh... Wir fahren jetzt hier runter. Gucken noch einmal, dass ich sicher bin. Hier geht's lang. Und dann... Kommen wir hier hin. Sehr gut. Einmal dafür... Markieren. Markieren. Wo wir langfahren müssen. Hier. Und dann... Kommen wir doch da hin. Ihr könnt ja mal schreiben. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so sagt, was ihr unbedingt braucht morgens. Und ob ihr eher ein Morgenmuffel seid. Oder eher so die... Die, äh... Die, äh... Die, äh... Ja, wie soll man sagen? Die Frohnatur. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin so übermäßig froh, Natur. Ich bin... Ich bin kein Morgenmensch. Das... Das bin ich nicht. Ich bin so eine richtige... Äh... So eine richtige Nachteule. Das definitiv. Und... Oh, da gibt's ne Story. Jetzt... Jetzt fällt's mir ein. Da gibt's ne Story. Da... Äh... Oh, ich hab Angst, dass der umkippt. Bundeswehr. Also ich war ja in der Bundeswehr gewesen. Und habe... Oder war bei der Bundeswehr. Und habe dort mein, äh... Zivildienst... Nicht Zivildienst. Quatsch. Meine Wehrpflicht, ähm... Absolviert. Ähm... An alle jungen Menschen unter euch. Ja, sowas mussten wir damals. Und ehrlich gesagt, ich fänd's eigentlich ganz gut, wenn das auch wieder eingeführt werden würde. Aber das ist ein anderes Thema. Und, äh... Ich sag da immer, ich hab das gerne gemacht. Aber ich würd's nicht nochmal machen, ne? So... So in die Kategorie gehen meine Erfahrungen mit der Bundeswehr. Und... Da sitzt du ja dann immer mit mehreren Leuten auf Stube. Also Stube, so heißt das wirklich. Dort. Ist nicht irgendwie jetzt so ein... ein Wort von mir, sondern Stube mit... Je nachdem, Stube 2000 hatten wir gehabt. Ähm... 2000 wegen dem Jahr 2000, wo dann die Grundausstattung der Stube reformiert wurde. Also überall kamen mit anderen Worten neue Möbel, neue Betten rein, neue Matratzen. Und dann, ähm... Hatten wir dort Stube 2000. Und, ja, jetzt muss ich mal überlegen, wie viele waren wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich glaube, auf der Stube waren wir acht. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. So, und jetzt musst du dir vorstellen, acht Männer, junge Männer, äh... Ähm... Da hat jeder seinen eigenen Geschmack, du bist ja frisch zusammengewürfelt. Das war in... Äh, das war in der, ähm... Du machst zuerst... Moment, ich hoffe, ich kriege jetzt alle richtigen Begriffe zusammen. Du machst zuerst drei Monate deine Aga, die allgemeine Grundausbildung. Und, ähm... Die machst du in der Regel woanders. Und deine richtige Wehrpflicht, die machst du dann sechs Monate, weil es war zumindest zu meiner Zeit neun Monate Aus... Ähm... Wehrpflicht. Machst du die dann woanders. Wirst du versetzt. Kannst du ja... Manchmal kann man es sich aussuchen, manchmal nicht. Ähm... Je nachdem. Und... Du bist da ganz, ganz frisch mit Leuten... Äh... So, jetzt muss man ganz kurz... Äh... Hier. So, Frachtverwaltung. Zack. Das haben wir. Sehr schön. Ich erzähle sofort weiter. Ich will nur jetzt einmal schauen, ähm... Was wir als nächstes machen. Also, ich habe einmal fix geguckt. Ich würde gerne Kurve 14 machen. Wir müssen den YAR... Den YAR 87 hier aus dem Möttgen ziehen. Und reparieren. Und hier hinten hinbringen. Und das machen wir doch am besten mit dem ZIX 605. Der hat nämlich noch Reparatur-Krempel drin, ne? Ähm... Wobei, das reicht gar nicht, ne? Warum ist denn der YAR so fürchterlich kaputt? Ähm... Das Teil hier hinten können wir ja nicht benutzen. Den Großservice-Anhänger für die Reparaturen. Aber, wenn ich das richtig sehe, müssen wir den ja nicht zwangsläufig... Wir gucken einmal kurz. Müssen wir den jetzt, glaube ich, nicht zwangsläufig hier reparieren, damit wir den wegziehen können. Was bedeutet... Wir fahren sowieso hier entlang. Dann können wir hier einmal in der Werkstatt Reparaturzeug rausholen. Und gut ist... Allerdings machen wir das nicht mehr in dieser Folge, sondern erst in der nächsten. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Also, macht's gut, mein Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.